und damit ein herzliches hallo und willkommen zu einer weiteren runde nachdem wir gestern schon umgebaut haben und ich gestern schon geungt habe sieht man jetzt der winter ist da schnee eis was für ein wetter draußen was haben wir denn noch allen bauprojekten vor also ich habe mir noch eine wand gesetzt mit zwischen schöner aussieht nur wegen schön also hat keine funktion danke übrigens für eure zahlreichen kommentare und hinweise was wird der plan sein strom sollte soweit funktionieren hoffe ich mal ja läuft also wir kommen da ein paar meter hin wenn wir da jetzt nicht großartig rum geizen wobei was was zieht denn überhaupt so viel strom die kühlschränke oben so beton klar wird uns wohl den ganzen winter über sozusagen begleiten sand ist alle dann müssen wir mal die sandkiste tauschen ich möchte es nicht unbedingt so viel sand noch nach produzieren mal gucken was wir brauchen so gut zum glück haben wir ja vorgesorgt zum glück so das läuft hier ist obwohl sand da wisst ihr was dann machen wir die kisteklappe voll bis jetzt habe ich ja den sand immer weggeschmissen aber das können wir ja wieder voll machen dann haben wir es auf reserve wenn wir es mal brauchen eigentlich freue ich mich ja sogar schon über die winter oder auf die winter monate schon alleine weil man muss nicht draußen rumrennen es ist winterliche stimmung draußen wir brauchen definitiv ein bisschen eisen nachteil ist es ist halt verdammt kalt und noch mehr drin 5 6 7 8 9 10 sack es ist halt verdammt kalt draußen und man muss sich jeden schritt überlegen die ist voll gut eine volle sandkiste oder zwei volle sandkisten das kann durchlaufen natürlich ist es jetzt doof aber die anderen räume nicht warm kriegen oder zählt noch 23 grad zählt wie schaut es hier aus ok also hier oben braucht man wärme und gemütlichkeit ich weiß nicht ich habe den ofen eigentlich immer nur gebaut aber bauen konnte da kohleofen er sieht natürlich auch ein bisschen klexig aus oder gibt es eine beschreibung sonstiges kohleofen ich weiß es nicht ob der wirklich warm macht wenn wir können ja mal hier rein stellen einfach nur wenn er da ist mal gucken ob das zählt warum das 3,5 grad zählt weiß ich nicht weil hier 23 können hier könnte es dran liegen dass man über den öfen von unten sind hier wird es auch schon kalt wende nicht zu abgeschlossen sollte es doch sein ich weiß es nicht können wir gucken einfach mal zehn eisen und zehn schrauben dann kann ich dir lassen zehn schrauben gut wir können sie mal testen schadet ja nix wir haben gerade mal zehn fertig prima noch nicht die kohle mitnehmen dann gucken ob wir oben ein bisschen wärmer reinkriegen wo sie einen grund haben warum es einen ofen gibt oder kohle rein anzünden wird nicht warm hier drin selbst in der nähe vom ofen am bier irgendwie es wird kälter trotz dem kohleofen also macht ein kohleofen ja nun gar keinen sinn wird hier zu machen weil es ist weil es ist doch ein umschlossener raum was natürlich sein kann dass es daran liegt dass wir hier die außenwände haben hier aber auch hier ist auch die hölle drin 23 grad hier vorn und hier hinten nicht mehr also falls jemand die idee dazu hat wie ich hier warm kriege wäre das schon super weil selbst in der nähe vom ofen passiert nichts also für was brauche ich den ofen wenn der ofen nicht wirklich heizt und ich kann mir ja schlecht hier eine große schmelze oben rein stellen damit ich ja nicht auf friere ja also hinweise dazu gerne in die kommentare würde mich mal dringend interessieren wie gesagt vielleicht liegt es an den inwänden an denen hier dass es nicht ordentlich dämmt dann müssen wir die natürlich umbauen fände ich jetzt persönlich ein bisschen schade weil die von der struktur her oder vom muster her schön aussehen obwohl wir haben doch ein winterprojekt oder wir brauchen doch ein winterprojekt passt mal auf wir ziehen uns mal ein jäckchen an passt mal auf dann schnappe ich mir das lässt sich doch testen oder so wo denn was denn wie denn pass mal auf mike du machst uns mal neues holz steine haben jetzt genug erst holz dann die beete und dann steinkisten ok gut also du hast eine aufgabe ich nehme mir mal ein paar mit runter das irritiert mich so ein bisschen dass ich nicht warm kriege in der hütte ich jetzt irgendwo alles wegreise dann baue ich mir lieber so eine kleine testbootie her so also ein foundation zack die kann weg auch hier stecken die ich brauche ich jetzt gerade nicht so wir haben zwei foundation star gut haben wir haben wir so wende 123 und hier müssen ja auch irgendwie reinkommen und hier bauen wir das gleiche aber eben aus den in wänden so jetzt reinkommen natürlich wenn wir schon dabei sind dann gut so brauchen wir noch holz drin nehmen wir einfach das was wir hier haben kann natürlich sein dass die inwände nicht wirklich dämmen was natürlich fatal wäre oder was ist fatal hat kommt mein wagen mit holzchen von oben holen wenn ich immer sehe dass er ja draußen mit hochgekrempelten ärmeln der landschaft rumrennt da wird mir schon immer bisher eigentlich noch nie so wirklich gedanken drum gemacht weil ich eigentlich immer sehr kompakte hütten hatte bis jetzt in ofen macht für mich nur sinn wenn ich einen raum damit heizen kann sonst macht der ofen hat ja sonst gar keine funktion haben wir hier noch 333 bretter wir brauchen bretter zum glück kommen der mike der ist so fleißig so kommen wir die bretter her da kriegt man richtig clever spaß was neues probieren testen deckel drauf deckel zack gut was brauchen wir jetzt noch wir brauchen noch eine tür das dach oben drauf setzen deckel deckel zack 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 so bretter mike wir brauchen bretter also ja, geh doch, schnell naja quatsch wenn wir hier nicht irgendwie den sinn dahinter finden die reine wende decken türen super gucken standard minus 4,8 ok 4,7 so dann holen wir unser öfchen ich glaube beim verschieben geht der ofen aus brauchst noch ein stück kohle jetzt bin ich echt mal gespannt 21 grad 21 grad ja und was liegt es nun isolieren glasscheiben nicht also denke ich muss noch mal aus glas bauen mit dem mache ich habe ich keinen schmerz mit vielleicht wende decken wende 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 fundamente hier dazwischen setzen ja doof weil dann wissen wir nicht ob die dämmkraft von rechts und links ja du musst schon trinken und müde bist du auch ich weiß mein freund das können wir verschieben das auf morgen beginn erstmal schlafen da ist schon irgendwie kurios da los komm da da wenn wir was zu trinken machen ich geb es mir kohle haben wir Wasser läuft durch. Ist schon irgendwie sehr eigenartig. Vielleicht liegt es am Glas. Also ich kann mich das nicht vorstellen, weil das wäre ja auch Quatsch. Weil hier ist es ja auch warm und hier haben wir ja auch Glasscheifen drin. Hier ist ja auch Glas und trotzdem wird es warm. Tja. Dicht ausmachen. Was? Ja, der Schalter ist halt ein bisschen komisch angebracht. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Liegt es da dran? Liegt es da dran? Ich habe da jetzt nicht so richtig eine Idee. Was hätte man denn sonst als Unterschied noch? 7,3 Hier nochmal eine Wand reinziehen. Dann wäre hier der Raum zu. Dann müsste er zumindest hier Kalt. 7,3 Müsste es hier ja auch warm sein. Passt auf. Dann bauen wir doch nochmal schnell eine Tür rein. Muss ja nicht schön sein. Ist erstmal nur um zu sehen. Warum? Weshalb? Weswegen? Ja. Miki-diki. So. Tür? Achso, haben wir keine Prater mehr. 4 Stück. So. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Gebt mir meine Prater her. Ja, komm. Machen wir erstmal so. Oh. Ich brauche was. Was Fleischiges. Haben wir hier noch was? Ja, ne? Ja. Mhh. Lecker die Schmecker. Gleich noch einen Fisch. Badam. 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 So. Da komm. Rinder mit. So. Werte sind gut. Das heißt, so ist ein Lote Prater durch. So. Also. Wie gesagt. Wir bauen hier einfach mal das schnellste in der Wand dazwischen. Blitz hier. Ach ne. Waschkonstruktionen. Wände. Ja. Mal gucken. 23 Grad. 7,5. Äh. Tür. Ne. Wände machen wir lieber in die andere Richtung. 7,5. 23. Schwanz. Minus 2,5. Also es ist unabhängig von der Raumgröße. Natürlich ist es natürlich. Ich darf ja mit einer extrem kalten Küche. Aber warum hier drüben dass es nicht so kalt ist. Ich kann hier ja schlecht irgendwo so einen großen Schmelz hinpacken. Ich meine, ich könnte schon. Ich bin da jetzt nicht so kalt. Ich bin da jetzt nix. Ich will es wissen. Und 10 Eisenbahn. Haben wir. Tudum. Gut. Wäre ich clever gewesen, hätte ich den unten zusammen gebaut. Steine. 1, 2, 3. Muss halt noch mal gehen. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Hier haben wir so viel Material schon vorbereitet. Mit einem Glück kommen gerade keine Vampis. Die kommen bestimmt wieder dran, wenn ich nicht dran denke. So. Kohle hier rein und an. 7,7. Kann doch aber nicht sein. Warum kriege ich es denn zur Hölle nicht warm hier drin? Müsste doch zumindest in der Nähe von dem Ofen müsste es doch warm werden. Oder sehe ich irgendwas falsch? Müsste doch in der Nähe zumindest warm werden. Irgendwie nicht. Aber der Raum ist umschlossen geschlossen. Und selbst hier ist es warm drin, oder? So zu? Ja. 21,0. Ja. Ich kann es nicht sagen. Also zumindest hier sollte es jetzt neben dem Ofen warm werden. Ja. Also ist es entweder eine Besonderheit der Glasfenster. Weil zu viel Glas ist. Oder die Teilung. Gut. Was soll ich sagen? Vielleicht habt ihr einen Hinweis drauf. Weil hier ist es ja auch warm. Und hier ist auch ein Haufen Glas. Und hier hinten nicht mehr. Vielleicht frage ich da beim Entwickler nochmal nach. Gut. Dann haben wir da wieder einen Haufen Zeit verschwendet. Was ist verschwendet? Wir haben ja einfach mal was getestet. ist ja auch mal in Ordnung. Zack. 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 Also ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Hm. Hm. Liegt das hier dran an den Dächern. Aber dann wäre es doch wenigstens in der Nähe vom Ofen warm. Da bleibt bei 7,98 stehen. Hätte ich den Kleenma nicht abgerissen. Also irgendwo ist hier eine Besonderheit dass ich den Raum nicht warm kriege. Also entweder hier stagst du irgendwo so ein Stück Felsen durch der dem Spiel sagt du bist Außenbereich. Wäre noch eine logische Sache. da können wir auch machen mal Bände. Ich will das jetzt auch mal wissen. Also es wäre natürlich fatal. Jetzt nicht weiter schlimm, aber für die Gemütlichkeit. Kratter. Und da holen wir mal noch. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja und ansonsten kann ich es halt nicht ändern. Es wird nicht warm. Also ich gehe sozusagen mal davon aus dass es daran liegt dass wir auf dem Fels gebaut haben und hier irgendwo Elemente vom Felsen durchschauen die man so nicht sieht. Ich glaube hier hinten waren irgendwo so Stellen und dass deshalb der Raum nicht als abgeschlossen gilt. Wände kommt ne wir haben ja festgestellt dass die Wände selber ja dicht sind also oder egal ist welche wenn die wir reinpacken ja mit für mich wären da praktisch nur die Erklärung dass das irgendwas von unten durchguckt und deshalb der Raum hier nicht als abgeschlossen und umzäunt gilt ja gut hier oben wäre ja auch noch was Decken, Bände, Treppen, Täscher, Türen, Brüstung sonstiges weil es muss ja als Raum zählen weil wir haben ja mehr Temperatur als draußen können wir mal gucken wie die 8,1 Grad also wir haben praktisch drin Außentemperatur ja ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Material verschwenden weil ich verschwenden ist ja keine Verschwendung wirklich ist ja Test so hier kam da jetzt gerade noch die Idee komm wir machen nochmal voll naja du kommst mal mit so kommen wir mit die Bretter und zwar ja jetzt zwar doof aber das wäre so eine Sache mit der könnte ich leben komm mal mit wenn ich jetzt hier im Boden rein um die Decke ne die Decken die pack das wäre so eine Sache das wäre so eine Sache das wäre so eine Sache hier irgendwie, und jetzt wird es lustig. Hände. Genau. Nehmen wir die mal weg. Wäre jetzt noch so eine Idee. Wäre zwar doof, weil ich dann doppelt aufwerten müsste. Wände, halbe, zack. Vielleicht liegt es so an den halben Wänden. Oh, wenn ich in den Öfen jetzt hier herstelle. Und wird nicht wärmer. Was natürlich aber vom Prinzip auch doof wäre, weil dann müsst ihr hier ja trotzdem das durchgucken. Ja, ein paar Bratter brauchen wir noch. Ja, und ansonsten bleibt es halt kalt im Wald. Bratterfähne. Muss ich halt mit Jacke durch die Bute rennen. Halt, wir brauchen ein paar mehr. Viele Türen. Ey, zum Glück kostet das Material nicht. Ich hab' vor, wir müssten erstmal losrein das Zeug alles hacken. So. So. Ja. Da-dam, da-dam. Wenn die ganze Folge wieder nur so ein Mist. So, komm' mit. Oh. Höchstens aus, ne? Es wird nicht warm. So. Und nun? Und nun? Was fällt mir denn jetzt aus Dummheit noch ein? Also, ich gehe sozusagen ganz stark davon aus. Gut, ich finde... ungern. Aber... Mal los. Tut weh. Es tut weh. Ende. Tja. Mal schnell. Was haben wir noch? Bretter. Bettern können. Da brauchen wir noch eine Holzscheite. Bitte. Hochwissenschaftlicher Test. Mal würde ich auch denken, ey, da verschwende das ganze Zeug hier. Ich renne im Wald und hacke und der kloppt das Zeug einfach in der Gegend rum. Ja. Bum bum bum. 21 Grad. Bedeutet, die Halbwand-Kombi wird nicht warm. So. Und nun ist nur die Frage, ist das hier mit den Glaswänden auch? Dann test. Check it out. Oder hattet ihr was anderes vor? Nö, ne? So. Ich will es ja nur wissen. Ne Tür. Ja, das ist nur ein bisschen Material. Jetzt noch ein paar Bretter. Komm mal her. Da renne ich nicht extra noch runter, sondern nehme gleich die. Da. Wip Bretter. Gott. Arme Material. Brandhaus und Brennen, Brandhaus und Brennen, Silber. Holzscheiter INGS dann war dann war dann ja mit jetzt wird er nicht wirklich eine tür reinbauen 6 bretter das schaffen noch ja noch nicht viel geschafft außer blödsinn 1 2 3 4 5 6 das war natürlich jetzt gemein weil mir das gerade wieder in halbwänden so schön gefallen hat 21 grad bedeutet also also entweder die halbwände schlägt an den halbwänden das sah doch so schön aus das sah so schön aus 30 weg oder nicht gut mit dem blick kalt schlafen kann man ja aber ja stube und alles hin und nun lesen gentlemen was machen wir jetzt im bad und pc ist alles okay ich weiß es nicht ich weiß es nicht wohl wir können ja mal was testen auch das wäre jetzt auch nur wände passt mal auf wir haben die innen wände und außen wände wenn ich jetzt ich setze es einfach erstmal wir haben ja innen und außen die stehen hier aufeinander gott jetzt wird es lustig fundament fundament wenn ich jetzt hier ein fundament hinsetzen wollen würde ein ziel ein ziel das ist natürlich jetzt ein gezaubert zum glück gibt es die mechanik her oder das spiel her so wenn ich jetzt hier konstruktion wände das steht auf der kante ich kann ja keine zwei hinsetzen oder das steht auf der kante ich kann praktisch keine zwei hinsetzen was haben wir wir brauchen noch schrauben und ein bisschen glas mal gucken schrauben und glas da geht unser material dahin da geht unser material dahin ich habe vorhin gesagt wir brauchen nicht so viel glas da kann das durchlaufen da haben wir noch ein paar holzstämme und ein paar bretter ah ja und alles nur wegen so ein bisschen schön ich habe meine bretter her ja los oben sind drin glas fehlt noch ich weiß es noch nicht mal ob das eine auswirkung hat jetzt hier draußen und bisher war es meistens so dass ich die wände nur doppelt setzen konnte wenn ich ähm weiter hatte ähm glas so nochmal gucken außen und die glasscheibe von innen gut restglas und schrauben zwei stahlbanken und unser glas auch noch stahlbanken klar muss fertig sein trinken essen schlafen müssen wir auch gleich wieder klar so und den ganzen Schmus nochmal also eine wand ähm um die dreiecke auf jeden fall da 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 ah ja haben wir sozusagen mal eine sehr erfolgreiche unerfolgreiche runde hingelegt es ist nicht viel passiert außer dass nichts passiert ist aber das gehört ja zum spiel dazu auch mal zu testen wie weit man die baumechanik ausreizen kann so 23 grad gut liegt sozusagen an den halbwänden heißt halt umbauen bin ich hier so kann ich auch damit leben aus ist halt viel material verbrauch einfach mal so frechig da da meine kiste hier her platzierbar so aber zack äh glas hier rein stecke hier rein die brauche ich nicht warte mal die stecke kann ich ja unten wegpacken oder schmeiß mal in den Ofen so bretter hierher so zack also heißt ich muss einmal umbauen und außen sozusagen Fundamente setzen so dann ist das halt so wenn das denn den raum wärmer macht natürlich wird es hier schwierig weil hier werde ich die glaswand nicht rein klicken noch ok glaswand deutet ich brauche außen ja gar nicht so hier brauchen wir mal glas so schrauben zack wir brauchen noch glas und stahlbahn ja dann haben wir doch eine aufgabe gott schön nicht stahl quatsch schrauben und noch welche übrig also haben wir die nicht gefahren so klar ok die ganze vor glas vernichtet gut da würde ich sagen ich mache mal noch ein bisschen material vorbereitung und wir bauen dann in der nächsten runde gemeinsam um oder den rest was fehlt hier noch glas ja und dann mal gucken stahl haben wir noch schrauben auch noch dann müsst ihr rein theoretisch hier ist ja mittlerweile schon warm werden wenn die these stimmt was fehlt jetzt hier noch glas also wenn die these stimmt müsste jetzt hier hinten warm werden 23 grad ist es gut dann sind die halbwände dann wisst ihr was ich jetzt tue zack und zack aber schön ist schon mal zu wissen dass ich nicht gut es fehlt der innerrahmen weil ich fand den schwarzen fensterrahmen innen auch so verkehrt nicht einpacken ein bisschen schrauben machen und glas bereite ich vor zur nächsten runde und hier ist es dann ja gut jetzt nicht weil es noch offen ist stahl halt ist natürlich auch ich muss stahl besuchen reicht ne gut eigentlich nur noch glas gut ich mach es fertig bis zur nächsten runde eure ideen dazu oder eure theorien dazu gerne als kommentar würde mich freuen von euch zu hören wie ihr damit umgeht oder was ihr für ein burger round euch geschaffen habt damit es bei euch warm bleibt ja und dann sehen wir uns morgen wieder und dann gucken wir mal was wir als nächstes machen der winter bleibt spannend in diesem Sinne tschüssikowski und bis morgen tschau tschau